Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mafia 2. Wir sind immer noch da. Wann sind wir, wir sind? Okay, kommt mit Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Mete kommt alleine. Du wirst genauso ent wie dein alter. Ich hab dir nie getraut vom Ersten. Du wirst dann nicht so. Ich hab dir nie getraut vom Ersten. Ich hab dir nie getraut vom Ersten. Ich hab dir nicht getraut vom Ersten. Ich habe einen Abstand, wenn ich das etwas spürge die Welt. Nein! Mann! Hey, wo ist denn der? Die schmeißen doch! Scheiße runter! Diese Chancen stehen 50-50! Zeigen wir dem Fettwanz, wer wir sind! Okay! Kommt mit Männer! Das ist Wahnsinn, Jungs! Haltet euch raus! Peter kommt raus! Die Palazen mehr schaden nicht! Scheiße! Scheiße! Die Chancen stehen 50-50! Zeigen wir dem Fettwanz, wer wir sind! Das ist Wahnsinn! Mit Männer! Haltet euch raus! Peter kommt raus! Der dem Fettwanz! Herr kommt raus! Da ihm zurück! Der dem Fettwanz! Der dem Fettwanz! Wie ist denn der Dauer? Der Mord! Denen ist die forests. Verstehen wir uns! Flägen wir die Luftwanz! Da eben alles! Die Luftwanz! Überrasch! Das ist alles! Der Ende ist alles! Der waistband ist alles! Der Schaden entsteht, der der Fettwanz! Und der der Mord! Oh Was für eine Scheiße, hier sind 30 mal im Kopf und der halt auch nicht, ne Die Chancen stehen 50-50, zeigen wir dem Fett, wannst wer wir sind Kommt mit Männer Das ist Wahnsinn, Jungs, haltet euch raus, Vete kommt allein zurück Ein paar Waffen leer, Schatz 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 Ah! Das war's für heute. Oof! Du wirst hier sterben, Pito. Genau wie dein Vater. Na! Oh! 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 Hier ist, wo können die Genie es gar nicht schmeißen? Du machst den größten Fehler deines Lebens. Du wirst hier sterben, Vito. Genau. Du musst dir das anders regeln, Vito. Die Chancen stehen fifty-fifty. Zeigen wir dem Fett, wann wir sind. Ja, die Schöne geht sich durch die Schichtlinie. Ja, die Schöne geht sich durch die Schichtlinie. Ja, die Schöne geht sich durch die Schichtlinie. Alter, was? Wir haben hier. Oh, mein Sehloch. Wir sind die Deckung. Du wirst genauso entweder mal gucken. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment. Oh, mein Sehloch. Ich bin der Schichtlinie. Wir haben diese Schichtlinie. Oh, mein Sehloch. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Was glaubst du? Ich will mich doch nur hier... Ich kann mich nirgendwo aufladen. Die Chancen stehen fifty-fifty und zeigen wir dem Fett, wannst wir wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Schießen die Pläne. Haltet euch aus. Na! Ah! Ah! Hey! Oh! SC-PFEED Oh 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 Was ist das? Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Du wirst hier sterben, Vito. Ratsbutter. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arf! Noch können wir das anders regeln, Vito. Genau wie dein Vater. Ich hab mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Endlich habe ich es geschafft. Ja, da bin ich richtig ausgerastet und dann hab ich es geschafft. Mach ich mal die scheiß Tür zu. Erst war ich ganz leber an der Zeit. Dann bin ich ausgerast und dann hab ich es geschafft. So muss es sein. Wir dienen jetzt weiter. Ich glaube, ich hab Dereks Altersvorsorge gefunden. So. Rest in Peace. Wollen die wollen? Ja. Jetzt gemacht das Geld. Mono. Danke. Tschüss. Du hast halt gemacht Strom. Du hast gewonnen. Du hast es geschafft. Du hast du eure spared. Du hast gewonnen. Du hast einen Weg. Du hast ihn gespft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast sie. Du hast du deinen Weg. Ah, es kann auch Mühlen ausreiten, achso. Ah, es kann auch Mühlen ausreiten. Egal, Wegparkierung war ich wieder mal falsch, aber was? Und ob mir die Einbrüche beim S-Bike gelingen werden, oder ob ich wieder mal drei feststellen oder ob ich wieder mal drei, vier Personen brauche, wie bei Derek und Dieter töten, wir werden es erfahren, und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, bis dann!